Auch wenn ich das nicht gerne sagen möchte, ich bin neutral, aber das hier ist meiner Meinung nach etwas heuchlerisch. Gefällt mir nicht. Diese Demo gegen Rechts. Ja, diese Demonstration gefällt mir absolut nicht. Die Leute sehen, scheinen so dämonisiert zu sein, so ein bisschen in den Augen. Wie soll ich dir das erklären? Wie soll ich dir das erklären, damit du mich verstehst? Aber ich würde es wirklich gerne verstehen. Ja, pass auf. Wenn ich jetzt in die U-Bahn steigen würde, würden sich die Leute, die jetzt hier protestieren, die Hälfte davon sowieso von mir wegsetzen. Das ist für mich eine Doppelmoral. Also sehr heuchlerisch. Aber warum würden sie sich von dir wegsetzen? Weiß ich nicht. Also sie ist auch an der Mimik, an den Augen. Ich bin ein sehr guter Mensch im Kenntnis. Ich sehe das. Ja, also ich bin ehrlich. Als ich da vorbeigelaufen bin, haben sie mir alle schief angeguckt. So auf dem Motto, was will der Kanacke hier? So, dann ist aber meine Frage, protestiert die gegen Rechts? Oder was macht die hier eigentlich? Was macht die hier? Was tut die hier? Und dann komme ich zu den Nazis und die bieten mir eine Suppe an. Also, Tomatensuppe? Ja. Also irgendwo ist auch okay. Irgendwo ist auch vorbei. Das verstehe ich nicht. Sag du es mir. Warum gelten die eigentlich hier als Nazis? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was ist die Leute?